So und damit herzlich willkommen zu einem Tutorial mit mir Multi Demon Hunter und ich habe heute etwas ganz 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 besonderes und zwar erstmal hier ich zeig das mal das ist der normale Minecraft Launcher so wie den jeder kennt hier hier kann man nicht gerade viel man geht auf Options und da kann man hier Force Update und dann hier auf diese Game Location und dann einfach einloggen und da kann man halt hier noch ein bisschen Informationen sammeln und das war es eigentlich So und dann gibt es etwas das ist noch nicht so bekannt und das nennt sich Magic Launcher das ist so eine Art Mode würde ich sagen aber naja der zeige ich gleich mal und zwar das haben wir einfach diesen Launcher ich mache es mal groß damit hier jeder sehen kann Und da sieht man schon das ist eine ganze Menge eine ganze Ecke mehr hier kann ich jetzt zum Beispiel Na das mache ich später Options Jo da kann ich hier die Sprache und alles auswählen kann ich auch Deutsch? Ne gibt's nicht Egal So da haben wir hier das ganz normale Hier mit dem wie beim normalen wie gerade eben Und dann haben wir hier was für Reddit Ganz kleinen Moment So äh ja tut mir leid das war gerade blöd Ähm Jo was haben wir noch Reddit einmal hier das ist für die die Reddit haben und da schreibt mich tatsächlich einer als Skype an So dann haben wir Twitter Notch was er so twittert und was Jep so twittert und dann Nochmal was von Twitter Und dann haben wir IGN hier ist leider nix los Und äh ja irgendwelche News von was weiß ich von Diese einen Seite da die ich nicht kenne Ist mir auch egal So und dann kann man hier noch Wo ein paar Sachen nachgucken So das ist aber noch nicht das besondersste also das schönste meiner Meinung nach Wir gehen jetzt mal auf Setup Und da kommt das Beste überhaupt Man kann Moots jetzt installieren Ohne Die Minecraft Jar zu öffnen Ohne dass das überhaupt auf die Minecraft Jar geht Man geht einfach hier auf Add Und dann sucht man sich Da was weiß ich wo auch immer das ist Den Mod aus Also diese Zip Datei Öffnet die dann Und wo ist die installiert Hier zum Beispiel die Den habe ich so installiert hier für mein Let's Play Und jetzt konnte ich damit Opti-Fine installieren Das heißt wir können jetzt in HD-Texture-Pack spielen Obwohl wir Millenär haben So und das können wir jetzt mal machen Wir gehen jetzt mal auf OK Ja das dauert natürlich einen Moment Da müssen wir im Moment warten Solange gehe ich mal auf Skype Ja da hat mich einer angeschrieben Wieso zum Beispiel Ich habe denen gerade das erzählt was ich so herausgefunden habe Der kann sich einfach das Video angucken Wenn es denn mal losgeht Ich bin natürlich blöd ich muss auf Locken drücken Ja so ist das Wenn man nicht aufpasst Na komm Na komm Das ist natürlich ein bisschen blöd da die ganzen Moots an extra laden muss Deswegen dauert das auch im Moment Ähm ja Kann das ja mal ausmachen oder wieder an und aus und an Und jetzt geht's los Yo Und jetzt haben wir Opti-Fine installiert Und ähm das sieht man auch stand später Das muss ich jetzt nicht extra zeigen Jetzt können wir zum Beispiel Ähm Das hier installieren Das ist jetzt das neue Basic hier Ich nehme das jetzt einfach mal fertig So und dann gehen wir mal Einzelspieler Und dann gehen wir einfach mal auf die Werbe ich mal ein bisschen für die Homepage MC Minecraft Team Ich sag's dann auch laut So Und dann hätte man normalerweise Jetzt hab ich natürlich gerade So jetzt geht's wieder Jetzt hätte man normalerweise hier irgendwelche Feuersachen oder so Aber nein Es funktioniert So wie es soll Alles So wie es soll Ich hab grad einen Slime gehört Komisch Ja Das muss man jetzt mal übertreffen Das heißt ich hab Ich kann einfach so Opti-Fine installieren In alle Modes Auch wenn die nicht kompatibel sind Es geht einfach so Die werden so geladen Geht nicht auf die Minecraft Jar Das wollte ich mal so zeigen Für den einen oder anderen Es ist vielleicht Ähm Also ich schätze mal Das ist für alle sehr sehr Etwas sehr sehr besonderes Sagen wir es mal so Und äh Ich hoffe euch hat's gefallen Und ihr wollt die Mode benutzen Den hab ich unten verlinkt im Video Und äh Ja Bis denn Ähm Moment So Jetzt bis denn